007, die spektakulärste Bond-Reihe, die es je gab. Der Brite, der Filmgeschichte machte, James Bond. Roger Moore, Pierce Brosnan, George Lazenby, Sean Connery. Mein Name ist Bond. James Bond. Zum Auftakt der erfolgreichste Bond aller Zeiten, Golden Eye. Die russische Mafia erlangt die Kontrolle über ein geheimes Waffensystem und nur einer kann die Welt retten. 10x007 im Star-Kino, präsentiert vom TV-Spielfilm und die F1. Träume bleiben in Träumen. Der Mensch ist nicht zum Fliegen geboren. Man muss ein Schicksal eben annehmen. Fliegen wird in Deutschland immer was für wenige bleiben. Deutsche BA. Die Zeiten ändern sich. Man wird nicht neu mal Weltmeister mit dem falschen Frühstück. Herrliches herfordern. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020